Ein neuer Ford Tourneo steht hier zum Verkauf. Acht Personen haben in diesem großen schwarzen viertürigen Bindplatz. Der Venn besticht durch sein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Kurvenlicht, elektrische Sitze, Alufelden, Navigationssystem und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,5 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.